Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie haben es ja gerade ein bisschen stressig. Haben Sie eigentlich in letzter Zeit mal noch Zeit zum Urlaub machen gehabt? Ja, die Ostertage habe ich wie andere auch genutzt, um ein bisschen auszuspannen und die Sache aus der Distanz zu betrachten. Aber Sie haben schon recht, wir haben hier einen sehr kurzen Wahlkampf, der entsprechend intensiv ist. Es sind jetzt weniger als drei Wochen bis zum Wahltag. Aber das ist zugleich ja auch eine Motivation. Die Leute sind sehr interessiert und politisiert wegen dieser intensiven Wahlkampfzeit. Da kommt man leichter über politische Fragen ins Gespräch. Und das macht die Sache auf der anderen Seite uns auch wieder ein Stück leichter. Wären Sie eigentlich noch so darauf angesprochen, wenn Sie den Leuten jetzt begegnen? Also das muss ich Sie auch fragen, weil wir ja auch einen Schicksalstag geteilt haben. Ich hatte Dienst, als das Erdbeben losging. Das hieß, Christian Lindner tritt zurück. Können Sie sich noch an den Tag erinnern oder ist das schon so weit weg für Sie? Ja, sicher kann ich mich an den Tag noch erinnern. Aber das ist, wie Sie zu Recht sagen, schon etwas her. Und insofern Zeitgeschichte, also ein anderer Sendeplatz, glaube ich, als dieser hier. Da geht es ja um das Tagesgespräch. Sehr gut. Dann reden wir doch mal über den Tag. Heute der Tag war anders prognostiziert, als er dann doch gekommen ist. Viele haben gesagt, der Parteichef wird diesen Parteitag nicht überleben. Da wird ein Christian Lindner womöglich vorn dran stehen für die Bundes-FDP oder ein Rainer Brüderle oder ein Herr Kubicki. Wie ist es denn jetzt nun tatsächlich gekommen, dass der Parteichef doch noch so stark ist und dass ein Christian Lindner sich auf seine Aufgaben besinnt, nämlich die FDP in NRW über die 5-Prozent-Hürde zu bringen? Naja, das zeigt vielleicht auch, dass diese ganzen Spekulationen eher von außen in die FDP hineingetragen worden sind. Für uns war klar, wir wollen ein neues Grundsatzprogramm beschließen. Für uns als Wahlkämpfer hier in Nordrhein-Westfalen, aber das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein stehen ohnehin andere Fragen im Vordergrund. Und ich bin ganz froh, dass dann hoffentlich mit dem heutigen Tag die Personalspekulationen zu den Akten gelegt werden können, damit die FDP sich auf die Fragen in der Sache konzentrieren kann, um damit auch wieder uns Vertrauen erarbeiten zu können. Denn die Leute interessiert doch in Wahrheit nicht, wer an der Spitze einer Partei steht. Die interessiert doch nicht mal das Wohl und Wehe einer Partei überhaupt. Die wollen wissen, welche Richtung nimmt das Land. Und darüber führen wir hier in Nordrhein-Westfalen Gespräche mit den Leuten. Wir haben drei große Richtungsentscheidungen. Die Frage der Schuldenfreiheit, ob es faire Bedingungen für das Gymnasium weitergibt. Und nicht zuletzt, ob wir durch eine verlässliche und auch wirtschaftliche Energiepolitik Industriearbeitsplätze hier in Nordrhein-Westfalen halten. Das interessiert die Leute viel mehr als dieses parteiinterne Klein-Klein. Aber Sie haben doch nicht umsonst auch Ihren Hut in den Ring geworfen. Oder Sie wurden vielleicht auch ein bisschen dorthin gefragt und komplementiert, der Spitzenkandidat zu werden. Und natürlich lebt auch NRW-FDP mit Ihrem Gesicht. Und das ist doch ganz gut so. Also auch mit einem Parteichefgesicht. Ja, sicher hat ein Spitzenkandidat auch die Rolle eines Botschafters für Programme und für politische Positionen. Und dennoch geht es nicht zuerst um die Persönlichkeiten an der Spitze von Parteien und deren Laufbahnen. Sondern es geht um das Land Nordrhein-Westfalen. Ich bemängele übrigens, dass in diesem Wahlkampf hier im größten Bundesland der Versuch unternommen wird, die Politik fast völlig aus diesem Wahlkampf herauszuhalten. Bei aller Sympathie für Hannelore Kraft, auf deren Plakaten steht NRW im Herzen. Ja, was ist das denn für eine Aussage für die Zukunft des Landes? Wenn die SPD plakatiert, SPD ist Currywurst. Kein Scherz, ein solches Plakat gibt es. Welche politische Botschaft ist damit verknüpft? Man könnte das weiter fortsetzen. Wir jedenfalls hier, wir verstehen Politik nicht als Showbusiness. Uns geht es auch nicht um reine Sympathiewerbung mit kleinen Kindern auf den Plakaten. Sondern wir wollen in der Sache wieder überzeugen. Und gerade der FDP, nach dem schweren Vertrauensverlust, den ich spüre, empfiehlt es sich umso mehr, mit ganz großer Ernsthaftigkeit und Konzentration an den Sachthemen zu arbeiten. Die Seriosität wollen die Leute von uns sehen. Nur unter der Bedingung, dass wir seriös und ernsthaft auftreten, sind die bereit, nochmal nachzudenken, der FDP eine zweite Chance zu geben. Also Sie haben dann ja zwei Ziele. Also erstes Ziel ist natürlich klar, das Überleben über die 5-Prozent-Hürde hinwegkommen. Das wäre natürlich für die Landes-FDP wunderbar und auch ein gutes, ein gerechter Erfolg, wenn man sich die Anstrengungen anschaut. Aber Sie wollen natürlich auch wieder regieren. Oder wollen Sie nicht? Natürlich wollen wir gestalten. Also als Politiker will man natürlich seine Ideen auch umsetzen. Aber eben nicht um jeden Preis. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir ja deshalb... ... ganz kurz wäre der Preis, das Sparen vielleicht, weil das ja ein bisschen so die Schwierigkeit auch der vergangenen Regierung in NRW gewesen ist, dass man nicht so spart, wie man hätte sparen sollen. Sie wollen sparen, da kommt man doch schon wieder nicht zusammen. Ja, ich unterstreiche nochmal. Regieren und Verantwortung ja, aber nicht um jeden Preis. Wenn ich in Erinnerung rufen darf, wie es überhaupt zu dieser Neuwahl in Nordrhein-Westfalen gekommen ist. Da gab es eine Finanzplanung der Rot-Grün-Minderheitskoalition, die nach übereinstimmender Aussage der politischen Beobachter und Experten nicht erlaubt hätte, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auch auf Sicht von einigen Jahren zu erreichen. Und die wollten uns unter Druck setzen, dass wir trotzdem diesen Haushalt hier in Nordrhein-Westfalen mittragen. Und dem haben wir uns verweigert. Haben lieber also trotz 2-Prozent-Umfragen Neuwahlen in Kauf genommen, statt unsere Überzeugungen preiszugeben. Und das ist zugleich ein Anlass für viele, wieder die FDP in den Blick zu nehmen. Da gibt es eine gewisse Neugier gegenüber der FDP, die sich dadurch ja auch selber eine andere Prioritätenfolge gegeben hat. Nämlich erst die Entschuldung zu forcieren und danach über neue Aufgaben für den Staat oder auch an sich wünschenswerte Entlastungen nachzudenken. Das macht die Menschen neugierig auf die FDP. Das veranlasst sie uns wieder zuzuhören. Da ist noch keine Stimme gewonnen dadurch, das weiß ich auch. Aber alleine die Möglichkeit, wieder mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ist eine Veränderung der politischen Stimmungslage, wie ich sie vor 4, 6 Wochen noch nicht für möglich gehalten habe. Man wünscht Ihnen zumindest überall eine gute Hand, weil man mit Ihrem Namen ja doch viel Hoffnung verbindet. Aber lassen Sie uns noch mal über einen Punkt ganz kurz zum Schluss reden. Sie haben mal so ungefähr jedenfalls gesagt, die NRW-Wahl setzt den Trend für die Bundes-FDP auch. Wie meinen Sie das? Wenn im größten Bundesland gewählt wird, hat das natürlich eine bundespolitische Auswirkung. Es macht ja keinen Sinn, das von der Hand weisen zu wollen. Die Leute lassen sich auch kein X für ein U vormachen. Natürlich, wenn hier in Nordrhein-Westfalen es ein gutes Ergebnis gibt, wir wieder im Landtag vertreten sind, dann wird das ein anderes Stimmungsbild für die FDP auch bundesweit bewirken. Und selbstverständlich ist das auch ein Ziel, das wir haben. Es geht ums Land, um Antworten der FDP für das Land Nordrhein-Westfalen. Aber wenn die Antworten, die wir hier geben, bei den Menschen wieder auf Zustimmung stoßen, Wenn es wieder Vertrauen gibt, dann bedeutet das für die Bundespartei auch eine erhebliche Erleichterung ihrer Situation. Und das ist für mich natürlich auch ein Ansporn zu sagen, hier kann ein Beitrag geleistet werden. Nicht nur für dieses Bundesland, sondern eben auch für den Erfolg meiner Partei, hinter der ich mit aller Leidenschaft stehe. Und ja, insofern haben wir jetzt noch drei Wochen eine ganze Menge zu tun. Ja, Ihnen viel Kraft. Danke fürs Gespräch. Und ja, wir schauen, wie es weitergeht. Gerne. Auf bald. Tschüss. Tschüss.